hallo herzlich willkommen ich bin der semtex wuki und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem kanal schön dass ihr da seid ich zeige euch eine folge rainbow six siege und ich möchte euch heute die möglichkeit geben günstig an das game zu kommen das ganze gibt es die xbox von ich habe es zwei dreimal gespielt und möchte es hier an dieser stelle abgeben wenn ich jetzt leute habe die sagen ja geil ich möchte das spiel haben jede möglichkeit schreibt mir eine kleine nachricht lasst mir möglichweise wenn ihr wollt ist aber nicht ausschlaggebend dafür dass sie das dass ihr das game kommt ein kleines gefällt mir dafür das video schreibt mir eine nachricht und unter den ersten zehn leuten wo ich eine nachricht habe das interesse an das game besteht werde ich ein los verfahren machen und der was gezogen wird kriegt von mir dieses game und das ist kein flachs das gibt es wirklich ich habe das schon ein paar mal gemacht mit spielen was ich mit spiele was ich nicht mehr spiele bevor ich die hier an den mann bringe oder zu gamestop und co bringe und die dich um den tisch ziehen kriegen das von mir leute die was das vielleicht nicht haben oder noch nicht gespielt haben oder spielen möchten uns nicht gekriegt haben die haben hier die möglichkeit für die ist das video dass die günstiger das game kommen bevor ich das irgendwo verschacher oder im schrank liegen das könnt ihr von mir das game haben also wie gesagt ich wünsche euch unter den ersten zehn leuten die was mir eine nachricht schicken und das interesse an den geld haben werde ich das verlosen die werden persönlich von mir angeschrieben und ja dann wird das spiel auch tatsächlich verschickt werden also das ist kein flachs ich wünsche euch viel glück haut rein und vorsichtig waren bei dem münd da bei uns hat es gesteilt wie blöd ich wünsche euch noch viel spaß ciao euer wuki gesteilt wie ich ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Das war's. Vielen Dank. Drei Feinde sind übrig. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Drei Feinde sind übrig. Drei Feinde sind übrig.